Menschlich kompetent und christlich behandelt das Marienhospital Osnabrück seit mehr als 150 Jahren kranke Menschen. Jährlich werden mehr als 75.000 Patientinnen und Patienten versorgt und rund 1.200 Kinder geboren. Auf dem Niveau einer Universitätsklinik arbeiten mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Wohl der Patienten. Hier werden modernste Technik und innovative Medizin mit einer christlichen Grundhaltung und menschlicher Wärme verbunden. Die enge Kooperation im Verbund der Nils-Stensen-Kliniken macht das Marienhospital zu einem Ort, in dem sie in guten Händen sind.